und wir sind natürlich große titanitsscherben auch immer noch am farm nice nicht mehr aber halt auch bestimmt irgendwas nice der bodenschutzmeister der ist mega schnell boi nice flimmer 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 arm da extert trifft mich da noch nicht lol flimmer 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 Ich bin zum Meister. Da ist dein Ding! What the fuck! Oh, das ist ja ein Dopp, Alter. Und den Scham schießt. Ah! Ich bin ganz schön nachher. Boah! Jetzt mach ich mir keinen Fall. Was ist das? Kannst du mal mit hier runter kommen? Ja, hier bin ich. Okay, das war vielleicht ein bisschen knapp, Bro. Hier! Wie ist das? Oh mein Gott! Es geht doch mal nach Hause, ey! Wie macht er jetzt auf Weiß wieder? Ja, der geht noch hinterher. Orientierung ist gestört. Ja. Stimmt. Wie auch immer du gerade keinen Schaden bekommen hast. Keine Leute. Das ist etwas für uns. Wir drücken jetzt auch noch Töches. Wir drücken jetzt nicht BM schon wieder! Not again! Was ist das? Ihr sagt nicht. Ähm, ja. Das war's. Da muss aber immer noch nicht. Na ja, erstmal gucken, was der sonst noch ist. Hast du ihn hier noch irgendwo gesehen? Obwohl, die Plattform ist viel zu großartig weg hier. EIFE! Oh, nice. Ah, hallo! I have friends. Nice. Ich glaube, die Pl- Alter, ich fange ich gleich erst. Sieht so aus, dass du gleich in mir nachbinden. Ich glaube nicht so aus. Wo ist er von unten? Also oben. Alter. Ich steh mich nicht mal in die Richtung. Echt mal, die Richtung ist tödlich. Und da steht halt nicht. Oh, nice! Oh, nice! Hey, hey, hey! Bro, bro! Von den Ansniken und den Bits dann erstmal. Ne Mauer. Hat sogar funktioniert. Hätte ich nicht gedacht, aber das funktioniert. Ja, Bro, ich habe schlecken gesehen. Piet. Jetzt mach ich erst. Nicht mehr. F***. Da oben auf. Was ist wirklich Sinn mit den Bitslips bei den Blut? Macht das echt nicht. Die zählen dir den Arsch so. Dann schieb es noch in die Kimme rein. Oh! Okay, okay. Oh nein, lauf! Ich bin schon wieder. Oh! Wart! Oh mein Gott! Okay, okay. Das ist etwas. Soll ich mal Bier und Lukas? Nein! Jetzt wird den nicht beenden. Schießt den ab oder irgendwas. Ist das kein Rage? Oh mein Gott! 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 Ich sag's dir, Alter. Da ist der... Der Ragequid nach hier 22 Minuten ist real. Real! Real! Einmal hin. Alles drin. Oh, die Titanitschalle! Oh, das ist... Nice! Jetzt ist unser Bogen auch auf 10. Nice! Okay, erstmal auf die Ostplattform gehen. Wo bestimmt nichts kommt... Ah, okay. Nicht in die Richtung. Warte, wenn er jetzt euch das kommt, ne? Dann bin ich so tot. Ja, gut. Schöne Aussicht. Wenn es nicht lag. Und mal halten. Und lags. Das ist in die Richtung, die lags. Einfach alle Richter. Ich weiß nicht. Wo ich glaub, jetzt liegen die vor der lags. Ich hab bald Angst, dahin zu gehen. Ist bestimmt nichts. Wow. Wo ist das Scherbe? Ja, boah. Wir werden nicht eingelaufen, oder? Ja. Ja. Wir brauchen aber, glaub ich, noch ein paar erstes. Hier gibt es ja die Sonne. Voller Aussicht. Da gibt es wohl auch. Ja, wir sind halt jetzt wirklich legit oben fast. Ich seh nicht. Welche Gebiete? Spandalen? Naja, die dürften eigentlich zu weit weg sein. Aber die beziehen... Die dürften nicht... Die dürften... Ja, entweder das oder die dürften unter uns mehr oder weniger direkt sein. Weil wir sind, wenn man... Ganz ehrlich ist, wir haben gar nicht so... Unfassbar weit sind wir gar nicht getraveled. Wir sind halt immer... Äh... Schloss Lodrig. Nach unten. Und dann da... Ein bisschen durch die Gegend, aber... Ich weiß nicht, was euch da auffällt. Was denn? Ja, noch dieses Huhnsomgebiet mit einem Stand und einem Gift, Alter. Ja, das ist auch noch da. Ah, ja. Dann wollen wir jetzt mal besser nicht runter. Nicht. Ja. Wtf... Ring vor... Ring vor... Ring vor... Okay. Ja, kann sagen. Hinten war auf jeden Fall irgendwo ne Leiter. Mhm. Hinten war auf jeden Fall irgendwo ne Leiter. Huch, soll man da oben gehen. Und hier war irgendwo auf ne... Oh, was geht der da vor? Hier war es, oder? Ich meine, jetzt sind wir ganz oben. Wir gucken was. Ja, ja. Oh, was denn? Oh... Entschuldigung, hier kann man dann ganz... Äh... Wie hatten wir da? 38? Ach... 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 Not bad. Ist natürlich gut, dass wenn wir auch Geschickskillen... Der Geschicklichkeitsring... Am... Höchsten Punkt im ganzen Spiel ist, oder? Meist mal keine Hilfe? Ja... Ich... Ja, nicht. Ich weiß nicht, was das bringt, aber... Ich bin der König, der... Na, ein bisschen nicht. Ich... Wahnsinn. Ja, was... Das da wird nicht aber hier... Ja, genau... Hä? Weil der vergesst das! Ähm... Ja, egal. Ja, genau. Na gut, aber dann war das jetzt... Dann war das ja im Endeffekt jetzt aber... Für uns zumindest. Hm? Ein Ring... Zwei... Zwei, drei... Zwei, drei? Ich weiß nicht, wie wir das ja auch das letzte Mal gebraucht hatten. Ja... Genau, aber ich glaube, zwei haben wir sonst bestanden. Aber der wird jetzt auch abgeschlossen. Äh... Ja, jetzt hast du halt noch die Möglichkeit, Entweder du gehst jetzt zurück und erforschst die Dächer nochmal. Ja, nicht genau. Oder du gehst straight weiter... ...ins nächste Schloss Merderinger. Wo die Boots sich eventuell ein bisschen verstecken, ja. Ich muss aber uns sagen, wir hatten immer noch keinen Drachenboss. Habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ja... Wollen wir einen? Wollen wir nicht. Im zweiten Teil gab es eine ganze Menge davon. Und im ersten Teil gab es auch schon Drachenbosse. Da sind die ganze Menge, aber doch. Auf jeden Fall einer. Ja, mit dem DLC-Probe-Drachen am Ende. Mit DLC-Drachen? Lassus 1? In DLC-1 gab es auch einen DLC-Drachen, ja. Ich meinte in der Tat den in DLC-2. Das hier sieht irgendwie so aus, als ob hier vielleicht wieder... ...besagte Drachen irgendwie einmal drüber erspucken würden oder so. Genau. Haben wir jetzt wirklich gedacht, dass man überrascht ist von dem Anruf hier? Ich weiß nicht. Ah, ja, hallo. Ja, da hinten kommen noch mehr Duts. Die Duts, die hier hinten auf der Treppe standen, sind jetzt auch... ...mehr oder weniger im Kommen. Da hinten steht ja noch ein richtiger Ritter auf dem Laufschiff. Ah, zwei, drei sind da. Finde ich uncool. Das heißt nicht. Woh, kann sein, dass der Zuhil weg ist. Oh, nein. Wo ist denn dann der erste Schuss hingegangen? Nice. Wichter Router? Easy. Das Ding ist, der Dings kommt jetzt auch, ne? Der Ritter. Die kommen irgendwie alle jetzt... Sniper-Duell. Ach. Sniper-Duell. Ähm. Ja, gut. Da haben wir keinen Tritt, ne? Da haben wir keinen Tritt, ne? Da haben wir keinen Tritt. Oh, das ist... Oh Gott, der hat rote Haut. Und der ist blau. Bei welches war nur mit Schatten hier? Rot oder die blauen? 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 Boah. Oh Gott. Okay. Ja. Es ist gut, dass die Kleinen jetzt auch noch mit dabei sind. Ich mag die nicht. Ja, die Kleinen sind... Ah! Flex! Aber die Kleinen sind relativ langsam. Jetzt musst du... Okay. Vielleicht... Ja, komm. Wir sind einfach da rein. Okay. Okay. Wann kannst du fighten, ne? Wir brauchen mal Platz. Ja. Kannst du auch so eine halbe Stunde zurückgehen? Hallo. Puh, Alter. Ja. Ich will nicht in seinen zwei Tennis zu flippen. Hm? Ich hätte gerne einen Tritt oder so. Huch! 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 Und halt damit... Unterstelstand! Oh Gott! Huch! Er hat einfach... Oh Gott! Er hat dazu geschlagen. Ich wäre so gestorben. Ja, okay. Du machst Schaden. Also, ein bisschen gay gerade. Ach! Zwei Tage. Ich bete... ... ... ... ... ... Man hat ein Labus. Ist da Arenen? grease negativ. Bogenagnon? Eigentlich schon. Nein! Du hast es nicht. Ich mache ein Skill. Und so. Bubble. Okay. Um sich dann wieder cònver져 anieren... ... damit du dann wieder vorwesießen kannst. Und wieder. Ey! Das ist ja schnell Lukas! Und wieder. Ach, der fackt der Shit. Ich bin Skiller. Das Gegenteil vom Skiller, der Antiskiller. Oh lol, der war ja schon umgedreht. Stirb, du Stück Scheiß-Easy, hab ich gemacht. Absolut legit hast du das gemacht. Hinten steht noch ein Baruch. Alter, ich bin hier bemerklich. Stirb der jetzt? Oh, da reicht es auch noch ein Bogenschützen. Überall die Bogenschützen. Hey lol! Was ist das? Sehr nice. Das ist fast wirklich cool. Wenn du den jetzt nochmal backstabst, dann so... Ne, ich halt das. Ich hier. Ja, sind halt eigentlich nie so hart. Hinten. Hinten halt genau die gleichen Boggegner, die ganz am Anfang vom Spiel da waren. Ja. Ist das wirklich ein Tadel oder? Ja. Oh, nice, der One-Shot. Macht er eigentlich immer 500 Schaden? Wenn man hier halt geklärt hat, man hat immer 500 Schaden, der Schaden. Ah, genau, Alter. Ja, aber... Na, das kommt dann so. Ah, das war's. Cool, das ist toll. BAM! Nein, nein, nein. 525 genug. Das Problem ist, dass es nur noch 6 Pods und oben stehen also mindestens noch 2 Retail, wahrscheinlich. War das was für Ritter? Oh Gott, auch rote Augen. Ich hätte gern einen von euch, ja? Ist das irgendwie möglich? Ja. Komm, äh, ich seh nichts. Kannst nicht. Oh nein, da oben ist noch ein dritter. Irgendwann, du bist leicht dran. Meinst du? Ah, hallo? Könnt ihr mal stehen bleiben? Ich hoffe nicht, dass da nachher... Ich hoffe, einer von denen schneller gehen kann. Ich anschießt halt, oder? Ich schießt aber, du wirst ja anfangen zu sprinten, oder? Ja, so wahrscheinlich... Wir kommen die Du-Zutzer-Aufmang, da man sicher bestimmt... Oh mein Gott. Machst du ein bisschen Damage? Ja... Kann... Ich komme immer näher! Alter! Wobei der eine tut jetzt so häufig im... Alter, der eine tut jetzt so häufig im... Der eine tut jetzt im Kreis am Laufen. Ja, einer da oben. Babys kriegen die Schaden, die Fischern. Oh Gott, der hat... ...ne ganz große Schwert nochmal. Ja, vielleicht einmal Bauschampen. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass die... ...ziemlich viel Schaden gemacht haben. Die sind hier am Katroul. Die haben immer von dem Ding... Ja, die zwei wieder auch. Du da. Ja. Sie sind es auch immer sehr... ...sehr, sehr zu viel geplandert, weil das funktioniert. Ja. Jaja. Läh-läh-läh-läh-läh-läh-läh-läh-läh-läh-läh-läh-läh-läh. Wofür ist das zweite, dass er tot? Ja, das kann ich bei dem Typ normalerweise nichts machen... ...der schlägt mich dann einfach anspielt, aber... So. Ey, die Unterstuben sind... Ja, der Letzten. Ich bin mal gespannt, ob der einen da, ob die Burg noch im Gebiet ist oder ob das im Bossraum ist. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter, in Ernst? Hören Sie einen Pizze, Alter? WTF ist das denn? Was ist denn? Oh mein Gott. Das war Amiros, ne? Oh, der BW-Versuch schon wieder, Alter! Da krieg ich ja schon wieder die Grenze! Hast du den Last Second Dodge gesehen? Oh mein Junge. Der hat mich auf dem Weg gesäpelt. Ich glaube, da hätte das überhaupt gereicht. Erstmal testen. Hättest du überhaupt, ja. Jetzt haben wir keine mehr. Jetzt haben wir keine mehr. Und nochmal auf der Plattform oben, fünf davon. Ich fühle mich gerade nach hinten. Das ist angeflogen. Da ist die Tür. Oh, da rechts ist... Da ist auch rechts. Das schaut gerade rechts, oder? Sinnlos. Kann man nochmal drauf gucken, wo wir hier schon... Guck. Achso, das ist schnell. Achso, das ist schnell. Der Bündel. Verbündelte Formen. Oh, wahrscheinlich ist hier ein NPC, wenn du... Alle bist hier unsichtbar geworden sein. Naja, das ist ein NPC zum Summonen, wenn du da den kannst. Wahrscheinlich ist hier ein Boss. Wunder wird mich das halt echt nicht... Hey, ich verpatsse, du kannst eh sehen. Was hab ich gehört. Was haben wir zufällig? Nur so ein Dingsring. Wobei, wenn da ein Shortcut ist, kannst du eventuell nochmal kurz leveln, oder so. Nur so eine Sache, um mit 1000 Seelen in den Boss ranzuflippen. Halt! Ach, hier ist nichts! Da ist hier ein Buch mit einem PC. Ne, da ist ein Buchfleck auf dem Boden. Ich mein nicht, dass das am Link ist, oder? Ja. Das war... Hat der Deck wegen Aufzug gedacht? Ja, das war beim letzten Mal auch so. Bei jedem Aufzug hat der Hardcore angefangen zu werden. Ist das mit deinem PC los? Ist das behindert? Ja. Sag das dem Huren so'n PC, Alter! Ja. Was machst du? Ich guck, ob wir noch so'n Ring haben. Für was? Achso, für... Oh, ja, komm mal. Ah, ja, schon da mal angekauft, ne? Ich kann nicht los. Wer weiß, was da passiert, oder was? Hat das gerade geruckelt beim runterfahren? Ich weiß nicht, warum soll das das... Oh, ah, ah, hallo? So, außer der Dings hat das... Ah, ah, hallo. Seht schon. Wo sind wir denn jetzt überhaupt alle? Wo sind die Tiere? Wo bin ich? Du musst jetzt nochmal... Mann, geh mal geradeaus. Halt raus, hab ich gesagt, da waren wir hier aber halt. Ich hab aber Angst, dass hier irgendwas ist. Naja, hier ist auch nichts. Hat sich auch vielleicht angekauft, ne? Hm. Mh, so'n Sonn. Dann hat sich die, der Mongo. Du musst da geradeaus. Ah, dann zum... Nächsten durch. Wir gehen ins Aufzug. Halt raus, hier links. Ja, hier schon. Und da ist der nächste Aufzug. Und dann bist du, glaub ich, unten in der Kathedrale wieder. Ja. Ah, das wird gut durch. Das ist eine Scheißbeziehung. Hile Maho. Ja. Also was, kauf dir mal einen da. Ja. Aber du brauchst eigentlich, du brauchst eigentlich nur einen neuen Pizzer, oder? Eigentlich brauch ich nur einen neuen Pizzer, oder? Was ist denn drin? Einen i5, oder? Wenn du jetzt einen i3 drin hast, dann... Ne, i3 ist es sicherlich nicht. Ich weiß es nur. Das ist AMD. Rechte? Immer noch. Budei. Ja. Du musst da jetzt bei dem einen Dritter wieder raus und dem Hinderblut. RAN! Internet! ALP! Äh, nicht Internet. PC. Alter. Und dieser Raum hat auch immer gelaggt. Das ist total... Merda, wenn ja, um jetzt... Ich schätze mal, dass da ein Boss da oben ist. Um jetzt zum Boss zu kommen, musst du... Laggy Raum... Laggy Aufzug 1... Laggy Aufzug 2... Titi, alter sch... Ja, stimmt. Die Kathedrale war auch lecker. Hast du mir noch um ein paar Porns oder so nach dem Hinderblut laufen? Wer weiß. Tieter, alles hart an Längen. Ah, ich bin ja auch traurig. Das ist aber echt. Wie gesagt, wie alles da recht ist. Das ist auch so ein komisches Schnistern. Ah, jetzt nicht mehr. Wollt ihr nicht? Wollen wir mal nicht mehr? Jetzt wird das kaputt? Bitte nicht. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was du wolltest. Das wird wahrscheinlich immer neu sein. Ich glaube nicht mehr. Was? Was? Wirst du das jetzt? Ja, ja. Okay. So. Ah, er ist an Bogen. Hat er in die Nachfolge gefunden oder so? Nein, leider nicht. Ist der Fazit da? Hm. Kannst du ja noch zu sein und vor dem Haus glaube ich nicht. Also der Typ ist... Oh Mann, zum Tor kommt das mal wieder. Oh, das ist ja immer noch weg. Hör mal, er ist die Scherbe, Mann. Mhm. Das ist 10. Oh shit. Alter, what the fuck. Ah, das ist dann immer ein Wichskarbe, Alter. Ach, ach, ach. Das kann man wo ist. Alles hier kaputt in diesem Haus.